Hallo, ich lese heute das Buch Hexe, Blume, Schmetterling vor, das Lothar geschrieben hat. Hexe, Blume, Schmetterling Erstes Kapitel Der Schmetterling will die Blume aussaugen, weil der Schmetterling wie ein Vampir ist für die Blume. Die Blume rennt weg, der Schmetterling rennt hinterher. Der Schmetterling schreit, gleich kriege ich dich. Erstes Kapitel zu Ende Zweites Kapitel Und dann kommt eine Hexe und verzaubert den Schmetterling in eine Blume und die Blume in einen Schmetterling. Und dann rennen die wieder an den Platz, wo die Blume vorher war. Die Hexe ist mitgekommen und sie verwandelt sie wieder in das, was sie vorher waren, den Schmetterling in einen Schmetterling und die Blume in eine Blume. Lotharische Lehrer 2019 Buchkinder Leipzig e.V. Vielen Dank fürs Zuhören Buchkinder Leipzig